Leidenschaft, Perfektion, der Wille, alles zu geben. Es ist einer der drei größten Kochwettbewerbe, die es weltweit gibt. Das ist irgendwo eine Lebenseinstellung für uns, dass wir sagen können, okay, wir haben das Ziel, vielleicht irgendwann mal ganz oben zu stehen. Das ist Training, das ist Perfektion, das ist Technik. Wir wollen jetzt das Spiel David gegen Goliath natürlich voll mitspielen. Das ist Spitzensport und es darf ja nicht ein Fehler passieren. Das ist ja kein Essen mehr, das ist einfach nur Kunst. Du kannst mir alles nehmen, aber du kannst mir nicht das Kochen nehmen. Mir läuft es jetzt selber kalt über den Rücken runter. Ich meine, ich weiß, was das bedeutet. Also ich würde nach fünf Tagen ein Burnout haben wahrscheinlich. Also das wäre kein Wettbewerb, in dem ich bestehen könnte. Wieso macht man das? Ja, weil Köche ja meistens flieg sind. Von dem her sind es dann Nuancen, die einfach entscheiden am Schluss. Verdammt, der hätte es besser auffassen müssen. Es hätte nur besser sein können. Da merkst du einfach, dass die Köche schon einen besonderen Idealismus haben, aber auch einen besonderen Schuss haben. Bis dahin. Vitamin, Cserien.